Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde hier zurück bei League of Legends Und heute ist der Master Diggi wieder am Start Er wird hier heute mit uns ein bisschen spielen Und vielleicht werden wir ja zusammen gewinnen Man weiß es nicht, ich hab mich hier für Jungle entschieden Und ich werde mal versuchen ein bisschen den Junge hier Zu bezwingen, ein bisschen zu levying Aber ich hab glaube ich eigentlich eher eine schlechte So, entfesselt einen Stoß lunarer Energie in einem Bogen, der magischen Schaden verursacht Okay, erschafft drei kreisende Sphären, die beim Kontakt mit Gegnern explodieren Magischen Schaden verursachen Zieht alle nahen Gegner heran und verlangsamt diese zwei Sekunden lang um 35% Das ist ja nicht schlecht Kann man die tauschen? Ne, ne? Ich spreche nur die Wahrheit Ja, ein bisschen Dschungel Die Vasallen sind erschienen Genau, ey Auf Den Punkt genau So, wann Wann Spornen die denn hier? Gna und Ash, no Flash Two top Rivals Gna und Ash, no Flash Diana geht top Diana, wer ist denn Diana? Bin ich Diana? Wie heißen die? Hm? Bin ich Diana? Ah, so, wie groß sind die hier? Großes Monster, okay Gibt's ja auch kleine Monster, so Wölfe oder so Neutral Großes Ja gut, komm Gehen wir halt mit in die Toplane und die haben alle schon wieder Level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 Super Super Leugnet mich nicht lenken Kleiner Spast, Alter Was war das? Das hat nichts gemacht Was macht er denn da? Sehr gut, die Menschen kriegen wir noch So, wo ist hier unser Held? Wo ist denn unser Kollege? Ich wollte junglen, Mann Achso, der zieht die Gegner ran Das wollte ich machen Verdammt Ja, genau Oh, erstmal zur Seite Wieder ein bisschen in den Junge Wieso geht die Energie trotzdem weg? Vor keinem falschen Licht Ein Gegner wurde getötet Oh, komm schon Regeneriert euch mal hier Sehr gut Trotzdem müssen wir mal hier abhauen Damit wir Energie bekommen So viel haben wir ja noch nicht verdient Deswegen können wir auch noch nichts kaufen Ich kann nicht umkehren Ich kann nicht Du kannst nicht Vorbei Ist da oben eigentlich mal so ein kleiner Esel Der da rumliegt, ne? Um die Landschaft schöner zu gestalten Oder? So Es sieht zu Anfang jetzt noch gar nicht so schlecht aus Finde ich Wir sind immerhin noch nicht gestorben In den ersten 5 Minuten Und wir haben Level 3 Und die anderen alle Level 4 5, 6, 7, 8 Oh, der hat schon Level 5, Alter Oh, der hat schon gar nicht mehr Das war's für heute. wir wollen verlangsamen jungs er hat ihn genau glaube ich wenn ich das richtig sehe oh er ist jetzt erstmal ein Biest mit seinem schwerter was cool ist mit dem schwert heisst die Nacht willkommen so ich glaube wir müssen mal kurz hier irgendwie in die Zentrale damit wir wieder ein bisschen Energie tanken können und wir haben auch ein bisschen Geld davon können wir uns doch bestimmt was holen zum Beispiel den Armschutz der Suchenden plus 30 Rüstung und plus 20 Fähigkeiten Stufe oder Lauftempo plus 15 Magie Durchdringung und einmalig plus 45 das ist jetzt die Frage hier ich glaube das finde ich nicht schlecht so wie sehen die anderen da unten die kommen auch ganz gut also wir lassen uns zumindest noch nicht so ganz in die Karten gucken hier oha oben wurde er jetzt getötet glaube ich und jetzt gehen sie alle nach unten aber das ist vielleicht die Möglichkeit um hier oben durchzudringen denn da sind eigentlich schon ein paar Leute am Start hier ist unser Verbündeter gestorben okay die Dämmerung nacht ja kommt her kommt her kommt ja da hat er mich da hat er mich da hat er alles gebündelt oder die beide sie haben beide alles gebündelt um uns hier zu vernichten naja wir haben eingetötet und wurden einmal getötet schade und ich denke der Turm ist auch hier bald hinüber wir haben schon zwei hätte ich natürlich auch mal nutzen können das wäre ja gar nicht so unpraktisch gewesen so gleich sind wir wieder im Getümmel ich werde ich werde jetzt geht es wieder schnell ne aber ich hatte auch keine Unterstützung weil sich der Kollege versteckt hat er hat sich da schön im Gebüsch versteckt während ich in die Offensive gegangen bin so geht es natürlich nicht Junge so mal gucken können wir hier daneben Stachel plus 50 40 Angriffstempo ja immer dieses Angriffstempo Schaden ich will Schaden machen 10% Chance auf kritischen Treffer so was das hier plus 200 Leben und 20 Angriffsschaden ja danke vor keinem falschen Licht vielleicht nochmal ein Tempo Boost oder so das wäre natürlich auch nicht schlecht ich glaube es ist relativ ausgeglichen oder wobei Master Digi da unten schon ordentlich am rumstisseln ist ich glaube die haben schon einen Turm vernichtet so come on come on come on Ignorante Knechte tu oh der hat auch schon echt gut da jetzt ne ich kann nicht umkehren naja ist gleich wieder im Beast Mode oh er ist ein richtig guter Schlechter da ey man das gibt's doch nicht wie kann man's schaffen ey wo sind denn meine Leute ey fuck auf alter man tausend stunden stumm hier wieder jetzt einfach wieder ätzendes hier man die Dämmerung nacht haben wir eigentlich einen Jungle ein Verbündeter wurde getötet sie konnten mich nicht brechen was der Digi gerade gestorben oder was ich bin ja auch wieder erst Level 8 meine Augen sind offen ziehen wir covers du kannst du denken wir schon mal ein paar vor lassen dann mal da helfen gehen Obwohl, hier brauchen wir auch gerade ein bisschen Hilfe. Keine Chance. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Es haben alle Champions, außer meiner, dieses verlangsamen, verlangsamen, verlangsamen. Ich kann die an mich ranziehen, ja, aber was bringt das, weil die immer stärker sind. Ich ziehe dann immer die starken Gegner an mich ran und bin zu schwach, um die dann zu pläppen. Das nervt halt ein bisschen irgendwie. Äh, Lauftempo bitte? Pfff. Hh. Mh. Mh, komm. Mh, wettet mal. Da wird Hilfe gebraucht Aber wir stoßen ganz gut vor, habe ich das Gefühl So, jetzt hier Können wir da mal mit hin Heißt die Nacht willkommen Das ist genau Er ist gut Oh, dann machen wir hier noch ein bisschen Action Ein Gegner wurde getötet Auserwählte des Mordes Die Sie wollten nicht zurück So So Nachdem ich schon wieder hier eine halbe Stunde nix gesagt habe Ja klar Ich spreche nur die Wahrheit Abhauen Das ist meine Wahrheit gerade Dass ich hier einfach nur abhauen Hau doch ab Alter Ja Tschüss Alter Wo kommen die denn schon wieder alle hier Mann ey Oh Mann Sagt doch keiner Bescheid ey Das mit Teamwork klappt nicht Vielleicht habe ich das auch nicht so drauf Offensichtlich habe ich es nicht so drauf Aber irgendwie Ja Wie kann das denn sein, dass die den da durchrutschen Mann ey Mann, 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 Mann Ein Gegner wurde getötet Ein Gegner wurde getötet Mohammed Kurdi Oh Jungs Was macht er hier? Warten oder was? Ein Verbündeter wurde getötet Ich finde es hier relativ ausgeglichen aus alles, ne? Ein Verbündeter wurde getötet Obwohl Ein Verbündeter wurde getötet Ein Verbündeter wurde getötet Ein Gegner verbringt ihn hinterher Sie konnten mich nicht berechnen Irgendwo kommen die doch gleich Oha, da oben sind die durch Leute ey Ich kann nicht Ich kann nicht Tja Die sind ja alle drum rum gelaufen Schön Das ist einfach Wahrscheinlich das Problem Dass ich nicht so der geduldigste bin, ne? Bin einfach nicht so der geduldigste Das sah echt gut aus Jetzt habe ich schon sechs Ich bin jetzt hier Irgendwo müssen wir doch durchbrechen da, Mann Ein Verbündeter wurde getötet Ein Gegner wurde getötet Ein Gegner wurde getötet Ich werde gehört werden Alle werden sie getötet hier Guck dir das mal an, Alter Was die reißen Das kann ich vergessen Keine Chance Da habe ich null Chance Mann ey Das regt ein bisschen auf Das war letztes Spiel schon schlecht Heißt die Nacht Willkommen Digi Master Digi Gibt einem immer so Hoffnung, ne? Ja, das liegt nicht an dir Sie ist schwer zu spielen Du machst das gut Achterung, Turm So, warum holen die jetzt alle da unten ab? Krass Ich kann in meinem Hauptquartier bleiben Ich habe da keine Chance Ja, Gommini ging an Da kann ich echt in meinem Headquarter bleiben hier Das wird ja nie was Mann, Mann, Mann Kann man sich dann ja natürlich so viel Mühe geben, wie man will, ne? Die macht halt auch einfach keinen Schaden Sie konnten mich nicht brechen Gibt's doch nicht, ey Es sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, hatte ich das Gefühl Aber jetzt Wird's doch kritisch hier für uns Meine Augen sind offen Mann, ey Was ist da bloß los? Sehr gut, respekt Ja, schon wieder Sie konnten mich nicht brechen Alle wieder verlangsamt Das ist Level 12 Die anderen sind wahrscheinlich schon alle mehr Ja, hauen da mal woanders ab Oh, hier unten ist nicht so viel los Leugnet mich nicht länger Da oben kommen welche, glaube ich Das sind Vasallen Sehr gut Da oben ist auf jeden Fall die Action Oder auch nicht, ey Die haben halt so eine heftige Reichweite Sonst würde ich das gar nicht machen Das Weglaufen Wäre ja eigentlich gar nicht so nötig Aber die haben halt so eine heftige Reichweite Heißt die Nacht willkommen Kann ich vergessen Aber habt ihr das gesehen? Der hat mich einfach Umlaufen quasi Wollte mir den Weg abschneiden Hat er natürlich auch geschafft Aber wie schnell der war Mann Wir gehen auch ein kleines bisschen unter hier Obwohl es gar nicht so schlecht aussah Vielleicht auch noch nicht so aussieht Obwohl die sind schon an unseren Grenzen Wir haben da noch nicht so viel an den Grenzen Umgeknabbert Plus 8% Lebensraum 25% mehr Angriffsschaden Das wäre gut gewesen, ne? Shit Riesenschwert Können wir das jetzt verkaufen? Gehen wir 1400 Ich würde gerne das hier haben Aber das dauert natürlich jetzt wieder Ewigkeiten Ah, die brechen ein hier Kommt überall durch Heftig Ja, komm Lass uns aufgeben, ey Die sind doch zu heftig Die sind zu heftig Oder? Ich würde sagen Die sind zu heftig Vielleicht können wir uns jetzt noch einmal abwehren Aber ich bin auch schon wieder 10 Mal gestorben Aufgeben Wieso kann ich ihn hier aufgeben? Weil ich töte es Ja, so wird es nichts, Leute So wird es echt nichts Warte jetzt hier Wie viele Spiele habe ich jetzt gemacht insgesamt? 4 Folgen Oder online Das ist die zweite Die sechste Folge glaube ich jetzt 6 Spiele gemacht Und Ich habe noch immer nicht so viel gelernt Leider Leider, leider, leider Mann, ey Das ätzend 1550 brauchen wir dafür Komm schon Ich will ihn haben Was ganz unten ist So was hier Plus 80 Angriffsschaden Das wär's Das dauert aber hier 20 Unsere ganzen Champions sind alle tot So wie es aussieht Noch 8 Münzen 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Juhu Alle sagen ja Ich sag auch ja Die Mehrzahl sagt ja Gerade jetzt wo ich das gekauft habe Warte Jetzt habe ich es mir geleistet Und Wofür? Für die Niederlage Das gibt es noch nicht Das war wieder mal nicht unser Match Wir müssen uns drastisch verbessern Ich werde ein ernstes Wörtchen mit mir reden Ich freue mich wenn ihr beim nächsten Spielmatch Bei der nächsten Schlacht wieder dabei seid Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag Oder schöne Tage Und Bis bald Mit deinem Abo würde ich mich riesig freuen Und wenn du magst Dann kannst du mich adden Dann können wir gerne mal mit oder gegeneinander zocken Und natürlich darfst du auch gerne deine Tipps und Tricks für mich da lassen Also Wir sehen uns Bis bald Vielen Dank.